Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und wir arbeiten uns weiter durch die neuen Lego Harry Potter Sets vom Sommer 2020 und dann sind wir jetzt im Ligusterweg. Nummer 4, Privet Drive 4, angekommen inklusive Auto, ein Haus, eine ganze Reihe Minifiguren, das ist dort also, wo Harry Potter immer am Anfang der Bücher wohnt, wo er ja auch zur Sicherheit abgegeben wurde, bei seiner Tante, bei den Dursleys und ja, er hat da ja auch unterschiedliche Schlafgemache und genau diese werden auch von diesem Set eingefangen, wir werden das gleich sehen. Es gibt ein paar witzige, kleinere Funktionen und viele, viele Anspielungen an den ersten und zweiten Teil, beziehungsweise Buch, das erste und zweite Buch von Harry Potter. 797 Teile für 70 Euro sind's, also Originalpreis wäre etwas unter 8 Cent, auf der Straße gibt's das Set allerdings schon, also normal im Handel, für um die 55 Euro. Wir sehen ein paar Aufkleber, die insbesondere die Türen und die Wände ein wenig verschönern und das Gesamtensemble sehen wir jetzt. Ja und damit herzlich willkommen im Ligustaweg 4, da ist das Häuschen, wir haben die sechs Minifiguren, das Auto, das Schild für die Straße und einen fliegenden Kuchen und das alles inklusive Hedwig, man beobachte hier oben. Schauen wir uns jetzt mal an, wir starten mit Harry und Ron, hier mit den kurzen, nicht beweglichen Beinen, weil wir befinden uns ja im ersten und zweiten Jahr. Werden wir gleich sehen, es ist so ein bisschen überschneidend, was wir hier spielen können, aber das stört mich jetzt gar nicht. Ich brauche jetzt nicht für jedes Jahr meinen eigenen Ligustaweg, also deswegen finde ich es eher gut, dass sie da die Ideen zusammengepackt haben, aber da kommen wir ja gleich beim Haus dazu. Aber deswegen sind die Figuren eben auch die mit den kleinen Beinen, wir sind ja noch mit jungen Harrys und Rons hier beschäftigt. Ja, sie sind in Freizeitlooks unterwegs, hier wird noch gelächelt, wie wir sehen. Ja, Rückseite ist nicht wirklich spektakulär, sie dürften aber beide zwei Gesichter haben, weil auch bei Harry Potter geht es ja dann durchaus nochmal ein bisschen dramatisch dazu. Aber natürlich, da wird ordentlich erschrocken geguckt. Beide haben auch übrigens, nicht gerade im Bild, ihre Zauberstäbe in schwarz und in braun. Ja, das sind die üblichen, die man bei diesen Sets sonst hat. Aber es sind hier auch die einzigen beiden, die Zauberstäbe haben, auch wenn jeweils noch ein Ersatzzauberstab dabei ist. Wir können also, wenn wir wollen, den Dursleys Zauberstäbe in die Hand drücken. Aber wer will das schon? Das kann nur schief gehen. Apropos Dursleys. Da haben wir sie nämlich alle drei. Petunia, dann noch Wörnen und natürlich Dudley. Ja, die großen Sympathen der großen Harry Potter Serie. Und ich finde, Wörnen kommt mir einfach ein bisschen zu schlank rüber. Und dann auch zu grauhaurig. Der hat ja was hier, also das ist ja fast schon was Ehrvolles. Nee, also dafür Petunia, ja, die guckt wirklich schräg böse. Die könnte auch eine von den anderen, von den Bösen sein. Aber, obwohl sie ja gar nicht so schlimm war. Naja, gut. Und Dursley, hier, der Wörnen ist auch, ja, der kommt ein bisschen dicker rüber. Vielleicht liegt es am Pullover oder so. Also ich finde, das wirkt etwas, vielleicht liegt es auch an den Streifen hier. Und, ja, oder die Arme, obwohl es ist natürlich eigentlich die gleiche Figur. Aber er wirkt ein bisschen fetter. Naja, so sollte es theoretisch auch sein. Ist, glaube ich, aber hier eher eine optische Täuschung gerade. Ja, aber hier finde ich auch, also dieser Pullover vom Onkel ist ja also sowas von. Aber, ja, gut. Gucken wir mal auf die Rückseite. Ja, nicht spektakulär. Der Kleine hat natürlich die kleinen Beine. Die Beine leider komplett einfarbig. Aber gut, die sind natürlich auch relativ konturlos, die drei. Außer, dass sie irgendwie ihre fiesen Seiten haben. Wir gucken mal, was die zweiten Gesichter so hergeben. Ähm, der gute, ähm, hier ist natürlich, ja, der darf auch fies gucken, natürlich. Ja, es ist zwar immer nur ein kurzer Moment, wo er diesen Spaß hat, der Dudley. Okay, aber, ähm, da haben wir das coole Verschmitzte. Was haben wir hier? Och, also das ist doch fast schon gütig. So einem Mann würde man doch nicht zutrauen, dass er seine Gäste unter der Treppe schlafen lässt, oder? Naja, und wir gucken mal bei ihr. Äh, keifig. Das passt. Was hat sie da eigentlich? Hat sie sich irgendwie da sehr herbstlich, was sie da angezogen hat? Eher blättermäßig. Da passt sie ja eher ins Baumhaus mit. Tja, gut. Schöne Minifiguren aber. Kann ich jetzt mal so sagen. Außer, ja, der Onkel. Der ist mir zu gütig. Der hat ja was von Gandalf mit der richtigen Frisur. Nee, da passt nicht so gut. Aber der Rest ist gut. Dann haben wir hier Dobby. Damit merken wir schon, es ist also bei weitem nicht nur der erste Teil. Sondern wir sind dann auch schon bei der Szene. Deswegen hier dieser komische Kuchen auf diesem transparenten Teil. Der Sinn dahinter ist, es soll ein fliegender Kuchen sein. Und wir erinnern uns, der landet ja nachher, war es im Gesicht? Ich glaube ja, eines Besuchers oder einer Besucherin in dem Fall. Ja, Dobby wollte ja nur Gutes dadurch tun. Aber, naja, das war, ich habe mich dann so ein bisschen fremdgeschämt. Aber das sollte natürlich auch der Effekt sein. Gut, Dobby lächelt. Anders geht es aber auch nicht. Weil er hat natürlich nur einen festen Kopf. Und die Rückseite, also da ist ja nichts mit Haaren. Also kann man ihm auch nur ein Gesicht geben. Und er ist auch so schön spärlich hier bekleidet. Was runter geht bis in die Beine, die dann auch so ein, guck mal, das ist so, geht so übereinander über. Oder ich nehme das mal weg. Nicht, dass das, nee, schimmert nicht nur. Sondern tatsächlich hat es auch an den Beinen, hier so einen kleinen, oben, oben ist es etwas grüner als unten. Also so ein Farbverlauf. Einen gewollten Farbverlauf würde ich jetzt hier mal ganz schwer sagen. Gefällt mir. Also auch der Dobby. Hier schön, wie er auch oben das zusammengebunden ist. Fehlt ihm noch seine Socke. Aber die hat er ja auch an dem, zu dem Zeitpunkt logischerweise noch nicht. Also darf man sie hier technisch noch gar nicht vermissen. So, und dann haben wir noch das Straßenschild. Leider eben nur auf Englisch. Also Lugustaweg müssen wir uns selber denken. Oder irgendwo einen Auftrag geben. Hedwig. Hedwig ist natürlich ganz am Anfang, wo die ganzen Briefe kommen, die gleich noch eine Rolle spielen werden, noch gar nicht da. Die kommt ja erst dann noch in die Geschichte. Deswegen haben wir hier auch noch die Eule. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ist das McGonagall? Ich habe es so lange nicht mehr gesehen. Oh je. Jetzt kriege ich hier gerade wieder. Na gut, aber da muss ja auch natürlich irgendjemand anders noch irgendwie Briefe bringen. Ja, also deswegen haben wir hier beide. Können wir so beide auch hier. Ne, geht nicht. Siehst du, da fehlt das Teil dafür. Ja, aber das ist natürlich ein Standardteil. Könnten wir also beide einträchtig daneben stellen. Und ja, die Hedwig habe ich ja hier schon mal gezeigt. Dann ist die gleiche, wie sie auch bei der großen Hedwig dabei ist. Schön mit Spannweite und gelben Augen. Und wir haben auch wieder ein Auto. So, diesen Ford, den kennen wir ja schon aus der Peitschenden Weide, aus dem Set. Aus der ersten Neuauflagen-Serie. Und das gibt es ja auch noch. Allerdings ist er ein Tick anders gebaut. Der ist ein bisschen noppiger gewesen, der alte. Hier ist er jetzt kürzlich komplett plan. Ich blende mal ein altes Bild ein. Alles gut gesagt. Aber da hatten wir auch schon diese Türen mit dem Strich drauf. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ein Druck. Das ist kein Aufkleber. Und dann ist der Rest gebaut. Also das sind Streifen, die hier durch Legosteine gebildet werden. Und zieht sich eigentlich schön durch. Wir können auch die Tür öffnen. Zack. Da ist allerdings auch nur in der Mitte. Da ist links- und rechtsverkehr hier mal egal. Haben wir hier noch das Rad. Ja, die Rück... Also ja, es ist ein bisschen verändert vom Gesamteindruck. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich finde beide ganz nett. Ja, kann man da auch da hinten sogar durchgucken. Wir haben die Lichter hier. Also schön dieser alte Ford. Auch hier vorne. Wie er nachher ja dann, wie gesagt, in der peitschenden Weide kommt. Aber eben auch hier, wenn Ron den Harry ja rettet. Und das werden wir sehen. Dafür hat er hier hinten seine Kette, wo die auch noch zum Einsatz gleich kommen wird. Und schon mal den Koffer gepackt. Auch der ist hier hinten schon mal drin. Das ist ein Aufkleber übrigens. Wir sahen ja vorhin auch schon den Stickerbogen. Es sind nicht... Ja, doch ein paar sind es. Wir werden es nachher im Haus vor allem an den Bildern wieder sehen. Aber schöner, kleiner Wagen. Bisschen verändert. Jetzt kann man sich natürlich streiten, warum haben wir jetzt zwei verschiedene. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass man zwei Varianten dann davon hat. Zwei mal den gleichen beipacken. Das hätte ich nur wirklich lame gefunden. Dann wollen wir uns jetzt mal das Haus genauer angucken. Wir fangen unten an und wir sehen da schon, der Briefkasten, der ist ein bisschen verstopft. Das erinnert an den ersten Teil, als ja die Einladung nach Hogwarts ein bisschen von den Dursleys ignoriert wurde. Und man dann ja zu etwas anderen Mitteln griff, indem man nämlich viele, viele Briefe schickte. Und das werden wir gleich noch sehen. Da kommt auch eins der Highlights des ganzen Sets noch zum Einsatz. Wir sehen da die Nummer 4 als Aufkleber. Eine Lämpchen darunter. Ein paar Blümelein. Dieses Bäumchengewächs hier. Das ist deswegen bei mir zumindest immer ein Problem gewesen. Jedes Mal, wenn ich das Haus irgendwie umgestellt habe. Jetzt hält es sogar einigermaßen. Aber das ist bei mir öfter mal abgefallen. Das war irgendwie manchmal so ein bisschen, hm, ja, wackelig. Aber okay, jetzt hält es. Gut. Ja, sonst ein schönes Haus auch. Also so ein klassisches Haus, wie man es eben in England viel hat. Mit hier auch so einer kleinen Markise darüber. Beziehungsweise so ein Überhang. Immer mal so ein bisschen was vom Mauerwerk zu sehen. Fenster. Ja, nicht spektakulär, aber stilecht, wie ich finde. Inklusive hier auch Kamin, beziehungsweise Abzug, Rauchabzug und dem Teil einer Antenne. Aber richtig cool wird es natürlich, wenn wir uns gleich mal die Rückseite angucken. Wir gucken einmal von der Seite. Ja, da sehen wir auch überall ein bisschen Mauerwerk. Auch das Teil werden wir gleich nochmal in Betrieb sehen. Dann, hier haben wir auch übrigens von den Regenrinden, was wahrscheinlich das hier sein soll, so ein Abfluss. Und auch da, obwohl das kann ich jetzt ja schon zeigen. Also hier könnte man nämlich dann aus dem Wagen hinten, wenn man hier schon ein Blümchen hier abhaut. Ah, siehste, da lockert sich es dann auch jetzt. Ich hatte mich auch schon gewundert, warum das so fest da dran saß. Nein, da könnten wir jetzt also die Kette anbringen. Und dann haben wir hier nämlich eine Sollbruchstelle und können das Ding rausholen. Zack, und kommen dann mitten ins Schlafzimmer von Harry, Teil 2. Ja, das sehen wir jetzt hier. Da, das ehemalige Zweitschlafzimmer, glaube ich, von Vernon. Quatsch, nicht von Vernon, hier von Dudley, der hier gewohnt hat. Meine ich mich irgendwie dunkel zu erinnern. Aber man sieht hier einiges an Teilen und Bildern, die darauf hindeuten, dass er da schon Hogwarts kennt. Mami und Papi haben wir hier zum Beispiel da. Hier so ein bisschen was aus Hogwarts. Ja, ein sehr einfacher Stuhl. Das Bett finde ich wiederum sehr cool. Vor allem diese Überdecke. Die wirkt tatsächlich wie eine Decke so ein bisschen. Gerade durch diese gewollten Farbunterschiede, die sich hier drin befinden. Inklusive auch eines Kissens. Da ist dann die Lücke, wo wir ja dann ihn dann rausholen. Da kann er dann über sein Bett übersteigen, um zu Ron rüber zu kommen. Wir haben dann hier die Zeitung noch, wo man sieht, ah, Harry lebt. Schön finde ich eigentlich auch hier dieses Geländer. Ist eigentlich ganz nett. Einfach gestaltet, aber es funktioniert. Einfach so drüber gelegt zwar. Aber es sieht tatsächlich aus wie ein Geländer, was jetzt hier angebracht ist. Die blaue Treppe. Ja, da geht's. Da sehen wir, da quillt es von der anderen Seite. Beziehungsweise, wenn wir da genau gucken, auch Aufkleber natürlich. Da haben wir dann das vernagelte Gegenstück des Briefkastens. Damit da ja nichts reinkommt. Dann, ja, einigermaßen heimelig hier auch das Wohnzimmer. Im dezenten Frenz-Look mit Sofa und Sessel. War das wirklich lila bei denen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da hinten noch eine Stehlampe. Also gediegen, so soll es ja auch sein. Und auch hier ein Bild natürlich nur von den Dreien. Der Harry fehlt natürlich. So, und jetzt das Coole an der ganzen Geschichte. Das zeige ich jetzt. Man achte hier auf den Teppich. Und wenn ich jetzt hier drehe, man ahnt, erster Teil. Aha, wir wollen keine Briefe im Haus. Was machen die lieben Brieftauben dann, die keine Tauben sind? Zack, da kommt's. Ha, da sind sie, die Briefe. Genau, die kommen dann einfach durch den Schornstein. Diese Briefe können wir dann auch, wenn wir es mal auf der anderen Seite, jetzt habe ich hier noch ein Blümchen gerade weg. Wenn wir dann auf der anderen Seite mal gucken. Da gibt es nämlich einen Schlitz, da oben. Da stecken wir die nämlich einfach rein. Und unten ist dann einfach nur, jetzt ist es noch offen. Das hier ist einfach nur, dass wir es dann zumachen müssen. Dass es also zu ist. Genau. Und dann klappt es auch mit dem Brief. Wenn wir ihn jetzt hier reinstecken. So, und wenn ich jetzt wieder aufmachen würde, rutscht er raus. Und rutscht auch schön hier durch diese Rampe, finde ich, geht er hier wunderschön dann rein. Also, das finde ich eine richtig coole Geschichte. Also, diese Idee, dass diese, ja, Massenbriefe da wieder kommen, wird hier sehr schön umgesetzt. Jetzt haben wir wieder, wie gesagt, den Doppeltherry. Hier Teil 1, da wo nachher auch Dobby dann dazu kommt. Hier ist noch am Anfang, da übernachtet er ja bekannterweise unter der Treppe. Und auch dieses Schlafgemach haben wir hier drin. Und zwar massiv hier. Also, diese Wand ist ja richtig massiv. Ich habe auch erst mal gesucht, wie macht man das denn auf? Aber man sieht, an der Lampe ziehen und dann, ja, einfache Isomatte. So sieht es zumindest aus, mit ein bisschen Kopfkissen. Und dazu dann auch gleich noch die Putzutensilien. Alles unter der Treppe. Wobei, auf der anderen Seite, da können wir mal gegendrücken. Das sehen wir dann auf der anderen Seite auch. Da ist noch eine Tür. Also, er muss nicht durch die Wand brechen, sondern hier. Na, komm, gib ihm. Warum gibt es nicht? Da haben wir auch noch Luftschlitze aufgeklebt. Na, aber dafür, ha, wenn schon der Baum abfällt, dann können wir ihn doch auch für irgendwas Sinnvolles benutzen. Nämlich die Tür jetzt, während ich ihn in der einen Hand, das ist das Problem, wenn ich die Kamera halte, mit der anderen Hand die Tür aufmachen. Und Quad Erat Demonstrandum, die Tür geht auf. Da ist sie. Ja, also, haben wir gezeigt, haben wir gesehen. Und das sei es dann auch, ja, kleines, nettes, süßes Häuschen ohne Schornstein jetzt, weil er mir gerade abgefallen ist. Nein, okay. Gut, kommen wir noch kurz zur Anleitung und dann zum Fazit. Dann gucken wir noch mal kurz in die Anleitung, die wenig Überraschendes bietet. Wir bauen am Anfang, ja, es gibt eigentlich bei jeder Tüte eine Minifigur dazu. Wir fangen sozusagen, ja, logisch, unten im Haus an und arbeiten uns dann Stockwerk für Stockwerk, beziehungsweise beide Stockwerke und Dach hoch. Und am Ende gibt es dann noch mal, ja, das Doppelpack der Minifiguren und das Auto. Ja, Bauzeit, schwierig gerade einzuschätzen. Es waren, glaube ich, so anderthalb, zwei Stunden ungefähr, anderthalb, zwei Stunden, je nachdem. Und, ja, damit können wir eigentlich schon zum Fazit kommen. Ja, mit Harry Potter machen sie einfach sehr viel gerade richtig. Und gerade dieses Set auch wieder ist, finde ich, sehr, sehr schön. Es ist ein kleines Set, klar, das ist auch richtig Geld, was da noch genommen wird mit 70 Euro. Allerdings natürlich im Rabatt durchaus schon an die 50 zu bekommen. Und dann, finde ich, hat man auch durchaus ein wirklich wertiges Gegenpondon zum Geld mit vielen, vielen schönen Anspielungen. Es geht schon los damit, dass wir eben wirklich viele Minifiguren haben, inklusive auch der Vögel dazu. Das Auto haben wir da nett. Das Häuschen, wie gesagt, optisch schon mal sehr schön. Einfach, weil es auch diesen englischen Stil schön einfängt. Und dann, was drin ist. Und insbesondere auch, wie man diesen kleinen Mechanismus wenig, also aufgeregt und ohne, dass man ihn zu sehr sieht, aber sehr funktionabel mit den reinfliegenden Briefen hat. Also, das finde ich sehr, sehr schön gelöst. Und dann auch, dass man da unter die Treppe sehen kann, schöne viele Anspielungen, inklusive auch der Torte und so. Also, was ein Harry-Potter-Fan, der sich dann zumindest an diese Filme oder auch die Bücher erinnert, glaube ich, sehr viel Spaß dann auch bereitet. Mir fällt jetzt wenig gerade an Kritik ein, außer dass dieser Baum hier immer wieder abgeht. Aber das ist vielleicht auch so ein Einzelschicksal. Und ja, Minifiguren vielleicht am Beinkleid noch hätten, aber die sind ja alle freizeitmäßig. Also, was willst du denn da jetzt große Ornamente da noch dran kleben? Ja, es sind Sticker. Gut, das kann man vielleicht noch wieder sagen. Und, dass das Auto quasi jetzt ein zweites Mal da ist, wenn auch leicht verändert. Ähm, aber es passt hier einfach auch, nicht? Und nicht jeder will die peitschende Weide. Und, ähm, so gesehen ist es, glaube ich, auch okay. Also, dass man das Auto jetzt sozusagen quasi, ja, wenn auch leicht verändert, zweimal hat. Übrigens kann man es auch hier oben, das hatte ich, glaube ich, vorhin gar nicht gezeigt. Man kann das Verdeck natürlich hier auch aufmachen. Ähm, wird aber nicht spannender da drin. Also, da bleibt dann auch nur das Steuerrad. Jo, das war's. So ist es. Und noch ein paar Sets davon sind ja aus der aktuellen Harry-Potter-Serie bei mir hier liegend. Und so gesehen werden wir uns dann hoffentlich bald wieder mit dem nächsten davon sehen. Aber jetzt kommt erst mal wieder was anderes. Was auch immer. Lass uns überraschen. Deswegen wieder einschalten. Bis bald dann. Wir sehen uns. Und tschüss. Schwaps. Oje, Mini. Diesmal habe ich zumindest darauf geachtet, dass die Minifiguren alle nochmal zusammengedrückt sind. Puh.